So, wir sind jetzt hier, sind wir an einem indischen Tempel auf Mauritius. Hier ist der Tempel. Dann hier das Nebengebäude. Und Jennifer erzählt uns etwas darüber. Und die sind immer gegen Meli-Sharon, immer bei den Götten Shiva. Shiva ist dann natürlich das Hauptgott von den Indischen. Dann haben sie Pabati, eine Frau, und Ganesha Muruga. Ganesha und Muruga, das sind dann natürlich die zwei Söhne von Shiva und Pabati. Und Ganesha ist mehr von Mahathis. Mahathis ist wieder eine andere Religion. Also Mahathis, Samtelegu, sie haben die Klaminer und die Indus. Aber meistens diese vier, die haben die gleiche Kette. Nur die denken wieder an das. Und die Kür, bei uns in Mauritius, wir haben nicht so viel Kür, weil natürlich ein bisschen Eiligkeit ist. Und die Inder, die essen kann, ist das Schiff. Ah, die essen anders, aber im Großen ist das Schiff. Aber wenn sie möchtet, können wir da reingehen, können sie ein paar Fotos machen. Und ich will ihnen die Götte dann kriegen. Aber darum, also hier geht das noch. So, dann schauen wir uns das Ganze gleich von innen an. Ich schaue erst mal Medizianer. Das sind erst Medizianer, und dann kommt das Frühjahr. Ja. 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 Ja.